Trainer-Shortlist, Bayern-Schreck-Emery ist weiterhin eine Option in München. Sein Name steht noch immer auf der Shortlist für den Trainerposten des FC Bayern. Offenbar gilt der spanische Erfolgstrainer Unai Emery noch als konkreter Kandidat für den deutschen Rekordmeister. Wie die TZ berichtet, steht neben Xabi Alonso und Roberto Dezebi auch Unai Emery auf der Shortlist der Bayern. Der 52-Jährige ist derzeit Cheftrainer von Aston Villa in der Premier League und dürfte vor allem aufgrund der Leistungen der Villans die Aufmerksamkeit der Bayern-Verantwortlichen auf sich ziehen. Villa liegt nach 29 Spielen auf dem vierten Tabellenplatz und war eine der größten Überraschungen der Saisons auf der Insel. Emery begann seine Trainerkarriere im Jahr 2004 und hat in den letzten 20 Jahren europaweit viel Erfahrung gesammelt. Bevor er nach England wechselte, trainierte Emery bereits bei Almeria, Valencia, Sevilla und Villarreal in Spanien. Im Jahr 2012 saß er mehrere Monate auf der Trainerbank von Spartak Moskau. Mit Sevilla gewann er zwischen 2013 und 2016 dreimal die Europa League. Anschließend übernahm er die Leitung von Frankreichs Spitzenklub Paris Saint-Germain, 2016 bis 2018. Emery hatte zudem einen fast 18-monatigen Vertrag beim FC Arsenal. Emery liebt abseits Fallen und Videoanalyse in Emerys Namen ist den Münchner Verantwortlichen seit seinem Champions League-Viertelfinalsieg 2021-22 mit Villarreal über den deutschen Rekordmeister wahrscheinlich nicht mehr so gut in Erinnerung. Emery ist seit Sommer 2022 Cheftrainer von Aston Villa. Es gab bereits Berichte, dass der FC Bayern München, der auf der Suche nach einem Nachfolger für Trainer Thomas Duchel ist, an Emery interessiert sein könnte. Emery gilt als sehr detailorientierter Mensch und legt Wert auf Videoanalysen. Daher führt jede Trainingseinheit zu einem Wissenserwerb. Ehemalige Spieler haben von den Basken geschwärmt. Auch Emery gilt als großer Fehn der Abseitsfalle. Laut dem britischen Portal The Athletic wird Villa von seinen Gegnern durchschnittlich fast fünfmal im Abseits gestanden, mehr als jeder andere Verein in den wichtigsten Ligen Europas.